Hallo Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade noch hochmotiviert. Noch. Auch wenn es gerade so nicht läuft, wie ich mir es wünsche. Ich habe es schon in einem anderen Video erwähnt, geschäftlich ist ein anderes Thema, ist auch völlig egal. Ich habe vor, einen Exchange Frisch zu installieren. Wann habt ihr denn zuletzt mal einen Exchange Frisch installiert und aus welchen Gründen? Würde mich schon mal interessieren. Also bei uns ist es so, ich hatte bis jetzt nur die Möglichkeit, einen Exchange Frisch zu installieren, damals als er bei einem SPS Server 2003 schon mit dabei war. Später war es ein SPS 2011, wobei der Exchange 2010 dabei war. Aber was rede ich lange? Die einzige Möglichkeit, die ich noch hatte, war entweder in der Schulung, wo wir das normal gemacht haben, die ist aber auch schon wieder ewig her, und wo wir das Ganze gemacht haben mit der Migration. Thema Migration. Das, was ich bis jetzt gemacht habe, was zum Glück auch erfolgreich war. Ich hatte damals die Aufgabe, von einem Exchange 2010 zu migrieren auf einen 2.19er. Geht nicht direkt, das wissen die meisten von euch vielleicht. Ich musste einen Zwischenschritt machen auf Server 2, also Exchange 2016, genau, und dann natürlich auch 2.19er. Das war schon ein bisschen tricky, auch da, falls ihr es noch, wenn ihr das noch machen müsst, oder ihr kurz davor steht, dann kann ich euch nur empfehlen, macht einen Abzug eurer Maschine. Bevorzugt wäre natürlich, wenn sie schon virtuell wäre, ansonsten könnt ihr die auch virtualisieren. Also einen Abzug von der physischen Maschine machen, baut euch eine Lab-Umgebung, setzt euch in euer Labor, spielt das Szenario durch, jeden Step, den ihr gemacht habt, macht da eine Checklist, also führt eine Liste mit einer Checkbox, dass ihr später, wenn alles einwandfrei funktioniert, dass ihr das dann auch so übernehmen könnt. Warum mache ich dieses Video? Grundsätzlich, ich habe Bock, einen Exchange zu installieren, hatte ich eben schon erwähnt. Ich komme eigentlich nie dazu, und aktuell hält man mich auch aus dem Bereich raus. Ich weiß nicht, warum. Ich darf momentan nicht das machen, wo ich mir wünsche. Dann mache ich es halt privat. Ist ja auch okay. Ich habe, wie gesagt, auch einen MCSE für Exchange in der Tasche, also ein Productivity heißt er. Wie gesagt, möchte ich mit euch durchgehen, da ich sonst nicht die Möglichkeit habe. Ich wollte es eigentlich auf Server 2.22 machen, wie die ganze Videoreihe aufgebaut ist. Alles, was ich bei euch bis jetzt gezeigt habe, ihr wisst, ist Server 2.22. In dem Falle konnte ich es leider nicht machen, weil der Exchange 2.19 noch nicht freigegeben ist für Server 2.22. Aber ich nehme das zum Anlass. Ich werde den, ich habe jetzt, auch wenn der Name hier nicht mehr ganz stimmt, ich habe hier einen Server 2.19 installiert, eine Standardversion, und ich werde auch einen Exchange 2.19 hier installieren. Und wenn es irgendwann soweit ist, werde ich diese Umgebung benutzen, um eine Migration durchzuführen. Warum? Kann ich auch nicht sagen. Ich habe einfach Bock drauf. Okay, nur mal kurz zur Spezifikation. Wer sich damit beschäftigt hat, der weiß genau, dass die Mindestanforderungen von Microsoft oder die Empfehlungen, ich weiß nicht, eins von beiden, 128 GB sind. Leicht übertrieben, wenn ihr die Vorgängerversion euch angeschaut habt. Ich weiß auch, dass wir in unserem alten Unternehmen, da hatten wir, ich glaube, nur 64 GB für 70 bis 80 Mann. Ganz ehrlich, das lief einwandfrei. So, wie habe ich vor, das Ganze aufzubauen? Ihr seht, ich habe eine kleine Platte hier, eine 60 GB, da wird das Betriebssystem drauflaufen und die Applikation selbst, also der Exchange. Und auf die zweite Platte werde ich dann die Datenbank drauflaufen lassen. Wie gesagt, das ist eh nur eine Testumgebung. Das Ding wird nie produktiv bei mir gehen. Ich werde trotzdem es soweit versuchen aufzubereiten, damit es hinter meiner Firewall läuft. Ich habe es euch vielleicht, ja, also ich habe es euch schon mal in einem Video gezeigt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Es geht um eine PFSense, da habe ich HA-Proxy installiert und Let's Encliff-Zertifikate. Das heißt, der Exchange kann sich somit hinter der PFSense verstecken. Und wie gesagt, ist abgesichert mit Zertifikaten, die ihr auch selbst erstellen könnt. Also völlig kostenfrei, denn die PFSense ist auch kostenlos. Gut, würde ich sagen, machen wir uns einfach ran und melden uns erstmal per RDP auf meinem, na genau, das vielleicht noch zur Info. Fragt mich nicht warum, aber ich habe einfach Bock drauf. Also ich mache mir das Leben wahrscheinlich schwer, ist mir völlig egal, ich ziehe es durch. Ich werde es euch zeigen, wie es bei mir hoffentlich später läuft. Ich habe den Server nämlich nicht als Desktop-Variante installiert, sondern als Core, also den Server 2.19. Und darauf möchte ich den Exchange installieren. Deshalb gehe ich jetzt erstmal per RDP auf den AD-Server und von da aus per RDP weiter auf den Exchange. So, bis gleich. So, wir sind angemeldet. Bevor ich aber jetzt weitermache, eine Kleinigkeit noch. Das macht man nicht jeden Tag. Ich werde natürlich viel spicken müssen. Es kann ein bisschen wild werden. Wir werden sehen, es wird hoffentlich am Ende, wie gesagt, funktionieren. Ich werde mich auf meine Anleitung beziehen. Die habe ich natürlich zusammengetragen aus Schulungen, aus Erfahrungen selbst und natürlich aus dem Internet. Ich denke, mir geht es nicht alleine so. Ihr werdet viel auch aus dem Internet beziehen. Wir können uns heute sozusagen auch glücklich schätzen. Wobei ich glaube, heute ist die IT auch vielfältiger und schwieriger, wie es vielleicht damals war. Damals hat man ein Lehrbuch, Handbuch, keine Ahnung gehabt. Und dann hat das in der Regel auch so funktioniert. Wobei ich der Meinung bin, die hatten damals echt viel drauf. Die Jungs, muss ich sagen, ich ziehe meinen Hut davor. Heute natürlich auch vor meinen Admin-Kollegen da draußen. Ihr seid natürlich auch die Besten. Was ich aber damit meine, heute haben wir es einfacher. Wir können googeln. Dafür haben wir viel mehr Applikationen, viel mehr Verknüpfungen. Alles, was ineinander aufbaut. Das gab es damals nicht. Damals gab es ja noch nicht mal Internet. Zumindest nicht so verbreitet, wie es heute halt ist. Für mich würde ich sagen, heutzutage ist es wichtig, als Admin, der sich auch Admin schimpfen darf. Das ist nur meine Meinung. Steinigt mich. Ist mir scheißegal. Da muss ich wirklich sagen, entweder, also nicht entweder, sondern drei Punkte. Erster Punkt, man muss mindestens in der Lage sein, ein paar Basics zu haben. Also man muss ein paar Basics zu haben. Ich muss ein bisschen was in der IP ist. Ich muss ein bisschen was schon mal gemacht haben in der Richtung, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die IT an sich funktioniert. Der nächste Punkt ist natürlich, ich muss logisches Verständnis haben. Es bringt halt einfach nichts, wenn ich jetzt an einem falschen Ende beginne. Gehe mal im einfachsten Fall aus, Mitarbeiter meldet sich, ich habe ein Problem mit meinem Monitor. Monitor ist schwarz. Was wäre meine erste Frage? Ist er überhaupt eingeschalten? Klingt lächerlich, ist aber so. Hatte ich schon. Wenn er sagt, Lämpchen geht nicht an, prüft mal Strom. Ist nichts da? Scheint das Gerät ja defekt zu sein, wenn kein Lämpchen dann angeht. Okay, nächster Punkt. Okay, geht an, ist an. Ist dann egal. Ihr wisst, was ich meine. Das sollte machbar sein. Und man sollte wissen, wie man googelt. Man sollte vielleicht auch da teilweise auch mal im Englischsprachbereich vielleicht mal suchen. Okay, haken wir es ab. Machen wir weiter. Ich habe vieles vorbereitet. Auch hier. Auch wenn ich mir jetzt das Leben vielleicht mit dem Core etwas schwerer mache. Also schwerer in dem Sinne, weil ich mit Core noch nicht so viel gearbeitet habe, kann ich mir trotzdem Sachen erleichtern. Ich kann natürlich den Remote steuern von einer anderen Maschine aus. Zum Beispiel habe ich mir die Installationspakete von irgendeiner Maschine mit grafischer Oberfläche rübergeschubst über den Explorer. Das ist der einfachste und simpelste Weg. So. Dann fangen wir doch einfach jetzt mal an. Ich bin angemeldet. Ihr seht, das wäre das Erste, was ihr seht. Bei einem 2019er Server. Bei einem 2022er würdet ihr jetzt schon das sehen. Würdet ihr schon mit S. Was ich jetzt mit S-Config mache, würdet ihr da schon sehen. Okay. Ich habe nichts Wildes gemacht. Ich habe letztendlich nur den in die Domäne gehoben. Namen vorher natürlich vergeben. Ich habe die Remote-Verwaltung aktiviert, beziehungsweise die war schon aktiviert. Ich habe Remote Desktop aktiviert. Das sonst könnte ich jetzt so nicht drauf. Ich habe bis Stand heute alle Updates installiert. Und natürlich damit ich im Netzwerk arbeiten kann und so weiter, habe ich natürlich vorher die Konfiguration, IP etc. vergeben. Das war es an der Stelle. Genau. Mehr habe ich bis jetzt nicht gemacht. Das Ding ist noch relativ nackig. Wir gehen mal auf die Konsole. Wir navigieren uns einfach mal auf hier rein. Wobei ich glaube, ich habe noch einen Unterordner Exchange. Wir schauen in das Verzeichnis. Das ist hier drin. Mehr habe ich hier nicht. Ich klaue mal einfach einen Command, den ich hier irgendwie online gefunden habe, um euch auch beweisen zu können, dass ich noch nichts weiter installiert habe. Ich hoffe, ich darf das hier reinpasten. Natürlich muss ich per PowerShell angemeldet sein. Da fehlt mir noch was. Machen wir gleich. Sekunde. Hätte ich auch anders machen können. Egal. PowerShell. So. Ich muss natürlich in die PowerShell gehen. Jetzt habe ich die PowerShell geladen. Auch wenn es jetzt nicht sichtlich direkt ist, außer dass ein PS-Funner dran steht. Jetzt nochmal. Ich kopiere es hier rein. Jetzt funktioniert das Ganze. Er ist nackig. Also es ist wirklich absolutes Rohgerüst, außer dass er komplett up-to-date ist. Und das sind die Domäne. Mehr ist nicht installiert. Gut. Wir bleiben in dem Verzeichnis, in dem wir sind. Wir müssen natürlich ein paar Sachen vorbereiten. Jetzt spicke ich natürlich meine Anleitung, die ich in meiner OneNote habe. Ich habe wobei auch einiges online jetzt noch mit mir zusammengetragen, weil meine Anleitung ist damals von einer Exchange Migration. Ich meine, ich hätte es vorhin auch erwähnt. Ich habe ja eine Exchange von 2010 auf 2019 gehoben. Zwischenschritt 2016. Da habe ich mir sehr viel zusammengetragen. Es ist viel in meine Dokumentation geflossen. Es ist kaum zwei Jahre her und schon haben sich einige Sachen geändert. Damals hatte ich, das kann ich auch dazu sagen, ihr seht es hier, ich habe natürlich jetzt, ich zumindest müsste das jetzt, Stand jetzt, das aktuellste Update sein. Damit kann man installieren. Als ich das gemacht habe, war es noch CU5. Also es ist schon ewig lang her. Fangen wir jetzt mal an mit den Installationen. Ne, wir fangen mit was anderes an. Wir fangen an mit den Features, die ich benötige. Dazu kann ich euch, beziehungsweise, ich könnte es euch jetzt natürlich in die Videobeschreibung posten, aber ich poste euch einfach meinen Blog und in dem Blog findet ihr alles, was ihr benötigt. Ich habe es kopiert, füge es ein, wenn es natürlich funktionieren würde, was es nicht tut. Ich markiere alles, Copy, Paste. Genau, das findet ihr auf der Microsoft-Seite. Das ist natürlich wieder toll, dass hier irgendwas wieder nicht geht. Moment, stopp. Ich habe es falsch kopiert, Entschuldigung. Ich habe Desktop kopiert. Wir nehmen das Windows Core. Das müsste, glaube ich, funktionieren. Genau, das läuft durch. Das war mein Fehler. Sorry. In der Hektik, in der Eile. Ja, wie gesagt, warten wir ab, bis er durch ist und dann machen wir uns an die Installation der Packages. Dann sehen wir uns gleich wieder. Das haben wir geschafft und dann installieren wir die Packages jetzt. So, wir gucken nochmal rein und wir haben diese, das hier, das hier, wobei das hier brauche ich nicht, das habe ich, war ein Gedankenfehler. Das ist in dem Exchange-Paket mit drin, also in der ISO-Datei. Also fangen wir noch mit dem einfachsten an. Auch wenn das eine Core Edition ist, kann ich so jetzt eine grafische Oberfläche starten. Also, ich muss natürlich akzeptieren, installiere das und damit ist es an der Stelle schon mal getan. Okay, so weit, so gut. Dann dieses Rewrite, das kann man auch noch so installieren. So, auch grafisch, muss bestätigen, installieren. Okay, rennt durch, ist gleich soweit. So, fertig. In meinem OneNote steht drin, dass ich jetzt hier dieses Netframe 4.8 direkt installieren kann. Also jetzt, so wie ich es auch gemacht habe, damit eine grafische Oberfläche kommt. Ich kann euch das auch zeigen, die würde auch kommen. So, okay. Ich mache mal einen Cut kurz hier. Ja, ich möchte es abbrechen. Also ihr seht, der würde es aufmachen. Ich kann das sogar durchklicken, dass ich sagen kann, installieren. Es wird nicht funktionieren. Was ich sehr oft online gelesen habe, liegt es daran, dass das Ding angeblich auf Core nicht grafisch angezeigt werden kann, obwohl es das tut. Und ich bin mir tausend Prozent sicher, ich habe das nicht im Silent-Modus gemacht. Egal. Ich quatsche jetzt viel zu lange. Wir machen das jetzt genau nochmal. Allerdings mit dem Schalter Q für Quiet. Also eine Silent-Installation. Das ist für die Leute, die paketieren. Die wissen, was ich meine. Und drücke jetzt Enter. Ich lasse ihn jetzt rödeln. Das Problem ist halt, Quiet heißt, ich kriege gar nicht mit, was er jetzt tut. Er tut aber was. Und das werde ich spätestens dann merken, wenn die Maschine gleich einen Reboot automatisch macht, ohne dass ich jetzt was dazu beitragen kann. Ihr seht es auch gerade. Die Sanduhr hat eben auch gerade kurz was gemacht. Der dümpelt im Hintergrund und installiert jetzt Netframe 4.8. Lassen wir ihm die Sekunde. Wie gesagt, er wird auch rebooten. Das werdet ihr gleich sehen. Ich werde es auch vorspulen soweit. Und wenn er fertig ist, machen wir weiter. Bis gleich. Gut. Ihr habt es gesehen. Es ist verschwunden. Genau das ist das, was ich meine. Ohne Vorwarnung. Aber es hat auch relativ lange gedauert. Rebootet jetzt die Maschine. Und das ist auch echt fies, meiner Meinung nach. Weil wenn man dann online liest, ja, okay, Core, Netframe, alles klar. Ah ja, das liegt daran, das. Und man muss silent und überhaupt. Und wenn ich das jetzt tun würde, okay, wenn ich den Exchange frisch installiere, dann hat er natürlich noch keine Aufgabe. Aber hätte ich eine andere Maschine, wo ich Netframe wegen was auch immer nachinstallieren muss, die ganzen Mitarbeiter, die arbeiten ja gerade noch. Aber das ist das Leben eines Admins. Ein Admin kann heutzutage nicht mehr alles wissen. Er kann viel wissen. Und natürlich lernt er auch, hoffentlich zumindest, aus solchen Situationen. Aber das wäre jetzt dumm gelaufen. Also mir wäre das auch passiert. Keine Frage. Gut. Warten wir mal, bis er fertig ist. Nun sehen wir uns gleich wieder. So. Der Exchange ist wieder hochgefahren. Also er ist hochgefahren. Er ist rebooted. So. Und jetzt können wir weitermachen. Also. Wir wollen wieder in die PowerShell. Ach Gott. PowerShell. Yes. So. Okay. Wir gehen wieder in da rein. Ne Quatsch. Das war in Exchange nochmal tiefer drin. So. Und wir haben also jetzt installiert das hier. Das hier. Und das haben wir in Silent Modus installiert. Und jetzt geht es darum, dass wir noch das da installieren. Beziehungsweise wir müssen das hier installieren. Das ist aber wiederum da drin. Okay. Verwirren. Auch jetzt. Wir müssen natürlich die ISO mounten. Ich weiß zwar, wie man sie mountet. Und ich weiß auch, dass es der nächst freie Laufwerksbuchstabe ist. Aber ganz ehrlich. Ich weiß ja zum Beispiel auch nicht, ob ich jetzt ein Laufwerksbuchstabe hätte mitgeben können. Da ich es nicht weiß. Wobei. Wenn ihr das natürlich auf einer grafischen Oberfläche anklickt. Ist das natürlich auch nichts anderes. Ihr klickt es doppelt an. Fupp. Das Ding geht auf. Und hat irgendein Laufwerksbuchstabe. Egal. Wir machen es so einfach mal. Wir machen mount. Disk. Image. So. Das wäre der Command dafür. Dann kann ich natürlich den Pfad angeben. Wobei. Ich bin ja eigentlich jetzt schon im richtigen drin. Egal. Wir machen es trotzdem jetzt so. Mit kompletten Pfad. Exchange. Und dann natürlich die ISO-Datei. Wenn wir Enter machen. Jetzt ist es gemountet. Mit Dismount könntet ihr. Und dem Pfad könntet ihr es wieder anmountain. Also. Ihr wisst was ich meine. So. Der nächste freie wäre nämlich bei mir D. Okay. Wir gucken. Äh. E. E. Genau. Das. Ihr seht. Das wäre jetzt das Exchange-Medium. Also die ISO-Datei geöffnet. Und da drin befindet sich ein Ordner. Der. Genau. So. Und da drin müsst ihr eine Setup geben. Genau. Das installieren wir. Natürlich auch wieder grafisch. Und klicken hier auf Next. Ich akzeptiere das natürlich. Dann läuft das Ganze durch. Genau. Und wenn er das dann geschafft hat irgendwann. Dann können wir uns an die Installation vom Exchange machen. Weil dann haben wir soweit alles vorbereitet. Ich öffne schon mal meine Anleitung hier. Da ist er. Ich mache hier echt einen Ping vor meinem. Bei meinen Monitoren. So. Also. Das hat er geschafft. Okay. Prima. So. Ich weiß, dass ich meine Anleitung eigentlich angegeben habe. Dass ich jetzt. Theoretisch mit. Auch. Also wie bei der Paketierung. Mit Schalter XYZ. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Die. Die. Alles akzeptieren kann. Und 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 Sachen mitgeben kann. Man kann Exchange wohl auch sein installieren. Ich belasse das so. Ich mache das jetzt manuell. Wir machen ein Enter. weiter. Dann wird es kurz dauern. Lizenzvertrag. Ich mache das mal alles selbst. Ich mache das mal alles selbst. Wir brauchen natürlich die Postfachrolle. Macht ja Sinn. Und falls ich jetzt irgendwas vergessen hätte noch vorzubereiten. Dann sage ich. Okay. Wir machen den Haken. Installieren die Sachen automatisch. Aber wir sollten eigentlich schon alles gemacht haben. Das hattet ihr vorhin gesehen. Das hatte ich extra von der Microsoft Seite auch kopiert. Hoffen wir, dass die aktuell war. Okay. Weiter. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Grundsätzlich. Er wird jetzt natürlich nach dem Platz fragen, wo es hin installieren soll. Jetzt war ich gedanklich keine Ahnung umnachtet, woraum er ich war. Ich habe natürlich jetzt vergessen, die zweite Platte zu partitionieren. Aber das ist grundsätzlich jetzt eh egal. Weil ich habe ja gesagt, die Applikation, die möchte ich auf derselben Platte wie das Betriebssystem installieren. Ich meine, es ist eine Testumgebung. Ich habe eh nicht so viel Platz jetzt. Und die Datenbanken, die werden dann später wiederum auf der zweiten Platte, ihr erinnert euch dran, 120 GB, werde ich die Datenbanken drauflegen. Und die Loks kann ich jetzt natürlich noch nicht, weil das Laufwerk habe ich noch nicht partitioniert. Egal. Aber für die Installation reicht das. Wir ziehen die Datenbanken dann einfach manuell später um. So. Dann sagen wir weiter. Da ich natürlich noch keine Organisation habe, ist jetzt natürlich eine gute Frage, welche ich hier nehmen soll. Und ich werde jetzt einfach mal mein Pampers Joe Lab draus machen. Wie gesagt, ist ja eh nur eine Lab-Reihe. Das hier, gefährliches Halbwissen, gebe ich einfach so weiter. Also grundsätzlich kann ich es euch nicht 100% erklären. Ich habe auch keine Lust, das jetzt zu lesen. Ich weiß aber genau, dass das der Punkt war, als ich selbst mich mit dem Tierberechtigungskonzept beschäftigt habe. Ihr erinnert euch dran. Ich habe dazu eine Videoreihe gemacht. Da oben könnte ich das vielleicht einblenden. Keine Ahnung. Da ging es darum, dass man eben Abstufungen macht von den Berechtigungen. Sprich, ein hohes Tier, also ein Berechtigungstier darf nicht im Low-Level-Tier arbeiten. Wobei es eine Unterscheidung gibt eben bei der T0, wer für Domain-Controller etc. Aber auch Exchange, wenn hier der Haken nicht gesetzt wird. Wenn ich jetzt einen Haken setzen würde, dann kann man ihn wohl nur mit einem T1 auch administrieren. Da ich aber da ganz ehrlich echt zu weit draußen bin, was das Berechtigungskonzept hier betrifft, möchte ich da auf Nummer sicher gehen. Ich belasse das einfach default, so wie ich es schon x-mal gemacht habe. x-mal ist auch zu viel gesagt. In meiner Lab-Umgebung, in der Schulung etc. Da haben wir das nie berührt. Deswegen, ich belasse es dabei auch. Weil alles, was ich jetzt machen würde, vielleicht würde ich euch da falsches Wissen vermitteln. Das möchte ich an der Stelle nicht. Weil, wie gesagt, ich nehme euch mit, was ich weiß und was ich kann. Und das machen wir auch. Alles andere wäre Blödsinn. So, machen wir weiter. Ja, komm, mach das von mir aus. Genau, ich glaube, jetzt sind wir sogar schon fast durch, dass er jetzt noch die letzten Voraussetzungen überprüft und analysiert, ob alles, was wir benötigen, natürlich auch da ist. Er wird dann später noch die Warnung vorgeben, wo er sagt, okay, hey du, wir müssen natürlich die AD erweitern. Also es wird eine Schemaerweiterung. Also wenn ihr noch keinen Exchange in eurem Unternehmen habt, wird ab jetzt die Meldung kommen, dass da eine Schemaerweiterung gemacht wird. Er warnt davor. Wenn ihr natürlich eine Schemaerweiterung schon habt, beziehungsweise schon einen Exchange habt, also sprich, ihr wollt jetzt diesen zum Beispiel parallel installieren, dann sollte die Meldung eigentlich nicht kommen. Gut, warten wir mal, was er uns sagt. Okay, das ist eigentlich jetzt soweit gut. Er sagt ja hier, Setup bereitet die Organisation mithilfe von Setup Prepare AD, also sprich, er bereitet die AD vor für diesen Exchange und erweitert eben um diese Attribute, die er für sich benötigt. So, das ist eigentlich die Begründung. Dasselbe steht hier unten ja auch nochmal. Setup, das ist sogar, glaube ich, ein identischer Satz. Genau, sogar absolut identisch. Vielleicht doch, da ist nur die Unterscheidung, dass er das hier noch sagt. Ja, mein Gott, wer will denn noch einen 2.16er installieren, wenn er einen 2.19er hat? Okay, nur das ist die Info. Ansonsten, das ist, ob man das jetzt als Warnung oder Info sehen kann, sei dahingestellt. Ich bin auf jeden Fall jetzt safe. Hätte ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht oder irgendwas nicht installiert, würde jetzt eine Meldung kommen. Die kommt nicht, also können wir getrost auf Installieren klicken. Und da kann ich euch sagen, je nachdem, wie performant eure Maschine ist, das wird lange dauern. So, ihr seht, ich bin umgezogen. Ich muss meine Jungs das vom Kindergarten holen. Aber das Update zeige ich schon. Das Setup ist soweit durch. Natürlich, der Exchange ist an sich jetzt schon installiert. Er würde, naja, was heißt funktionieren? Funktionieren würde dann soweit, soweit das kann. Wir müssen natürlich ihn jetzt noch konfigurieren. Aber ich würde sagen, mach mal einen Cut an dem Video. Das ist bestimmt schon wieder sehr lange gegangen. Ich möchte mich ja auch versuchen, mal kurz zu halten mit meinen Videos. Deswegen würde ich sagen, mach mal an der Stelle Schluss im nächsten Video, wenn man ihn konfiguriert. Und dann freue ich mich, wenn ich euch da wiedersehe. Wenn euch das gefallen hat, bis hierher, dann Abo, Like, wie immer. Und damit ihr es nicht verpasst, die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.